Durch den 14. Juni haben wir ganz viele neue Leute heute begrüssen können, was mega cool gewesen ist und haben neue Arbeitsgruppen geformt und sind jetzt daran, neue Strukturen und Organisationen zu machen, was mega toll ist und mega wichtig und ja, ich freue mich auf coole Leute und coole Zusammenarbeit.